Ja, aber schau, er wird dich sicher nicht zerfleischen oder so. Er nimmt das sicher locker. Er versteht das. Das wäre sowieso ein krasses Geschenk. Überleg mal. Benni, sag etwas, Mann. Soll ich mitkommen? Das muss ich alleine machen, Mann. Hey, viel Glück. Hey, was ist mit dem Benni los? Warte, warte. Hey, weisst du, dass Benni gerade nach Hause geht und sein Bruder sagt, er darf nicht abfahren? Weisst du, wie meins geht es ihm? Sehst du das, Miet? Sorry, ich kann es ihm einfach nicht geben. Dumme Kuh, Mann! Das ist ... Ja, er gibt jetzt Benni das Geld doch nicht. Punkt. Nee, ohne blöde Kuh. Weisst du, vor allem ist Benni sein Bruder schon am Packen und jetzt bereit zum Abfahren. Super. Was? Weisst du, genau aus diesem Grund sind reiche Leute so reich. Sie wollen einfach nicht teilen. Aber es gibt ja auch andere Leute. Wir packen alles rein. Eins, zwei, drei. Nesse Sache! Hey Benni! Hallo, hallo! Hallo Benni! Grüß dein Kumpel. Achtung kurz, ich muss hier durch. Sehr gerne. Dann sag ich doch. Hey Benni, dein Bruder und Packen, das geht überhaupt gar nicht. Hä? Du, und sag mal. Wird Isambul überhaupt ein Meer? Hallo Frau Schlaumeier, das ist dort wo die Brug-Ase mit Europa verbindet. Der Bosporus logisch und es wird als Ballast. Pfff! Hey Benni, ich muss euch etwas sagen. Nein. Ich glaube es nicht. Er heiratet und wir gehen in die Pfanne. Hä? Nein, es ist... Was ist Benni? Was ist Benni? Äh, nichts. Ich muss euch sagen, wir müssen pressieren. Ihr fährt heute nach Istanbul. Yes, Istanbul! Können wir jetzt durchgehen? Heiratet nicht? Nein, Duberl. Ihr fliegt heute direkt nach Istanbul. Nein. Nein. Wo ist Betti? Wir sollten das langsam machen, sonst können wir zu Sport. Hey Roni, hilfst du mir mal deinen Nadeln? Ja. Also, weisst du was, wenn wir dann beim Flughafen sind, laden wir den Test aus. Ist gut? Merci. Hey Marco, ich bin's. Hey Sie, geh jetzt nicht gerade los. Bitte, bitte, bring dir Tickets, okay? Okay. Tschüss! Ticketservice. Voila! Istanbul! Sehr schön. Hey, merci. Cool. Hey, ist ja cool. Verkönnt. Ja. Hey, schau dir etwas? Nein Mann, ein bisschen quitt. Ja, das ist okay. Also. Du meinst, er sollst ja und dann nein. Bei dem Geld meine ich jetzt. Ich bin voll in die Scheisse. So, ich habe gesagt, ich habe es dir nicht gegeben. Weisst du, dass Benni gerade nach Hause wartet, um zu grüßen zu sein, dass er nicht abfahren darf? Weisst du, wie mein Geld ist. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Es ist mega cool, jemanden mit Freude zu machen. Es war ja voll easy. Margot, Lena und ich haben einfach unser Sackgeld von der nächsten Zeit zusammengetan. Und das heisst halt einfach nicht mehr ins Kino, keine neue Klamotten mehr und nicht mehr telefonieren. Aber hey, für die Freunde mache ich echt alles. Nicht so wie Jula. Sie ist echt ein Luxus-Tussi. Ich habe sie voll anders eingeschätzt. Ich meine, sie hätte Benni das Geld wirklich geben können. Aber eben, ob er sich noch cool findet. Tja, Jula ist echt dumm gelaufen.